ja hallo und willkommen zurück zu let's play persona 3 ist aber ein bisschen behoben hier ja könnt wieder normal spielen nicht einmal sehen karl wurde etwas verletzt ist am boden machen wir dir hat eine schwester ganz schön viel api hat der jude auf jeden fall immer auf yukari der mit einem weiteren turn hat war hier analyse ok sie scannt was haben wir hier was bringt nix argi nee bringt auch nix jetzt ist offen yukari bitte anzugreifen ok ok hier ist die chance äh nix yosuke junpei ach sorry aber schön oh der war gut ist das mit vier wenn wir geführt ja natürlich wird sie geführt benutzen bash oder wir haben noch andere personen so was haben wir hier noch jack frost der geht in stärke die müssen wir glaube ich hier benutzen es ist nicht da dass IT ist das ist das ist das ist das ist Wir nehmen einfach mal... Full Moon Bonus! Get your eye! Ich finde gerade sehr kacke, dass das ein Miss war. Shift Strike, glaube ich auf alle, oder? Das war ein Crit für sie. Ahhhh... Das war Partys HP und MP. Ich will nochmal kurz den Skill probieren. Slash Damage zu 1 Full Moon Bonus. Geh bitte! Boah, der Damage! Ich glaube, Yukari kann hier erst nichts gebrauchen. Ne, das ist nichts für Yukari hier. Wir haben eine gute Attacke. Eine sehr gute Attacke. Passt aber auch Mist auf, Leute. Sekunde... Ah, die Hitrate ist runter. Ah! Aber komm! Get's right! Bam! Was für ein Schaden, Leute! Gut, macht ihn jetzt fertig. Bitte triff! Junpei! Auch wenn die Hitrate down ist. Hat das nochmal hinausgezögert, ey! Oh, das geht's so heiß zum Schluss. Wuh! Tut mir leid, Yukari, für das. Aber der Gegner war die über. Gute Erfahrung bekommen. Level 3, das fand ich super. Ah, und unsere Person hat es auch gehört, ne? Oh! Jetzt können wir auch diese Aloe Blitzattacke. Und gleich noch Counter. Oh, die Person ist gut. Die behalten wir auf jeden Fall. Good Job. Äh... Achso, sie ist wieder geheilt. Warte mal, wo soll keine Medizin jetzt dafür opfern? Äh, Skill... Von meinem SP-Abzug? Okay, die anderen können wir nicht sagen, glaube ich. Also halt im Menü. Na okay. Passt aber so. Haben wir noch gut geregelt. Auch ohne Yukari. Okay, wir können nicht durch. Tschüss. Ist noch ein Shadow? Hm. Komm hier raus. Einen Spiegel? Einen Spiegel? Er... Okay. was ist hier gerade los wir fühlen sie was war da oh was ist er im brästchen des sire ich bin die weiß in der inneren genießt den Moment, um, ahem, das Ritz kann nicht befehlend, ah, das ist richtig, aber ein Fantasier-Memory Ich bin verwirrt, wirklich, wieso haben wir auch so eine Stimme im Kopf, ich weiß nicht, ah, was haben wir jetzt genießen, das war schon eine Vorahnung, Okay, that's not true, verneinen wir alles. I can't gewinnen. Nein, es ist die Zeit dafür. Okay, du schaust jetzt, es hat aufgehört. Äh, was war ich? Äh, hi, Yukari. Wieso habe ich das bekommen? Sie war wohl auch benebelt und, ja, ähm... Oh, ich kann endlich dich erreichen. Können Sie mich zwei hören? Ich höre das ja. Ich bin sorry, ich konnte dich schneller kontaktieren. Die Schatten war mit deinen Gedanken und ihr alle verabschiedet. Der Schattel ist noch in der gleichen Runde. Bitte, regruppe und da rein. Das hörst du, Yukari? Äh, sorry. Ja, ich hörte dich. Ähm, hat etwas passiert? Nein, nichts. Alles super. Komm schon, lass uns gehen. Wenn du jemandem erzählst, dann werde ich dir nie wieder zu sprechen. Okay, erstmal die anderen finden. Ja. Ah, da sind wir zwei. Oh, äh, ja, wir sind in Ordnung. Die haben so einen Spiegel. Ah, hier sind noch Monster. Gut. Ach, verdammt. Ah, die Musik. Ähm... Ja, fallen wir jetzt weg. Bam. Okay, alles geht according to the plan. Gott. Bekämpfen wir mal die Gegner auch hier. Keiner nicht, äh, schaden die ganzen Shadows hier zu beseitigen. Wir sind wieder hoch, ne? Ja, normal ist gut. Okay, alles ist gut. Super. Bisschen wieder hoch, ne? Oder? Ja, sieht's wohl so aus. Und dann mal hoch hier. Sollen wir dann den dritten oder den zweiten Stock? Ne, jetzt müssen wir da rein. Aber jetzt müssen wir den Shadows hier ausradieren. Oh, zwei Stück sogar. Au. Ja, quit. So. Gute Restlingskombi. So, aber was jetzt hier drinnen sein wird, das werden wir erst im nächsten Part sehen. Ho, ho, ho. Mega Cliffhanger. Ich wünsch' euch denn noch einen schönen Tag. Bis gleich. Euer Nowamagi. Tschüss. Tschüss.